Ok Oh mein Gott, was ist das denn? Das ist der J-Track, oh mein Gott Stopp! Stopp! Jawoll! Ohohoho! Scheiße! Er hat zu viel Alkohol drüben Ich gehe jetzt ins Wasser werfen und trinkt er, weil er nicht mehr schwimmen kann Komm Jawoll! Stirb! Ohhoho Oh Oh Die Ziege ist tot Nein, 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 nein Jetzt mal Mein Gott Oh Gott wie geil Alter, sieht das geil aus Ohhohoho Scheiße Was muss ich machen? Keine Ahnung Alter, ich will nicht da raus Keine Ahnung, Alter, ich krieg doch das Ich krieg gar nicht, was muss ich denn machen? Ohhohoho, scheiße Ok Hehehe Ach du Scheiße, ja wie geil Der Achtelbahn Da will ich hin Will er rein Jawoll Da ist einfach das Schild drin Oh Mann Los geht's Wuhuuu Wuhuuu Ah Bapapap Ok 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 Ja ok, das kann man schon mal machen Wuhuhuhu Wie ist das versucht wegzurennen Hahaha Oh das Karussell Ich wär auf dem Karussell Wuhuuu Hop, hop, hop Ok, ok Ah Ja ok, das ist zu low für mich Das ist nix Wuhuhu Ja Das ist zwar nicht unbedingt fahren, aber mein Gott Ok 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 Ich hab dich gar nicht berührt Jetzt hab ich dich berührt Du parkst schon im Halteverbot, Junge Halteverbot 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 Ich bin immer noch im Halteverbot Oh Gott, was ist das? Das läuft irgendwann Ihr scherbt euch für eure Taten, oder? Was? Was zum Teufel? Ach du Scheiße Ein Fehler in der Matrix Ein Aufzug Ich bin nach oben Ja, cool Ich darf weg nach oben Dort Dort, dort Oh Ah, nicht schon wieder Oh Was mach ich falsch? Lass mich raus Bitte Das sieht schon wieder so komisch aus von den anderen Seiten Das ist unfassbar Ich will hier raus, Mann Mach die Tür auf Hehehe Oh Achso Achso Stopp Stopp Ooooooooh Hopp Ach du Scheiße Oh Aha Übelst dran Boah Scheiße Da gehts ja übelst runter Das darf ich eigentlich gar nicht machen Muss doch Wo ist er? Egal Ob ich das schaff? War War Räger BAM WUHУ Ich will dasfleisch OH MY GOD WIEEE HOP 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 Ja dann musst du gleich aus Solidarität mit umfliegen Du eigentlich auch, wieso machst du das denn? Du bist so ein Arschloch Oh mein Gott, die schämt sich auch für ihr Leben. Und wieso liegt hier eine Autobatterie?